Das große Märchen hat aber heute Johannes Strolz geschrieben. Ja, da bin ich näher dran im Skisport natürlich. Ich bin natürlich mit seinem Vater, mit dem Hubert, ein paar Jahre sogar Zimmergenosse gewesen, als ich noch für Vorarlberg Ski gefahren bin, als Kind. Und ich habe heute noch einen guten Kontakt zum Hubert und habe das ein bisschen verfolgt mit dem Johannes. Ich finde das eine unglaubliche Leistung, weil er war ja eigentlich schon aussortiert vom österreichischen Skiverband und man musste auch wirklich ein Lanze brechen für seine Firma, die Skiausrüstungsfirma, weil die hat ihn auch wirklich dazu ermutigt weiterzumachen, weil die überzeugt war von seiner Leistungsfähigkeit und das hat sich also wirklich hundertprozentig ausbezahlt. Und ich denke, es gibt keinen in Vorarlberg in Österreich, der sich nicht für diesen Erfolg freut. Er hatte ja wirklich keine Kaderzugehörigkeit noch vor elf Monaten, also nicht mehr. Und dann im Jänner kam der erste Weltcup-Sieg, jetzt das erste Olympia-Gold. Strolz. Wie fühlt sich das, wenn man in den Kopf von Johannes Strolz blicken könnte? Was würden wir da sehen? Was glauben Sie? Ja gut, mit Weltcup kann man nicht mitreden, mit Goldmedaillen nicht, da habe ich keine. Aber Silber, ja. Ich kann mir vorstellen, es ist eigentlich ein überwältigendes Gefühl und ich könnte mir vorstellen, dass das Richtige, diese Realisierung von diesem Erfolg, dass die erst ein bisschen später kommt. Dass das im Moment noch gar nicht so realistisch für ihn ist, weil einfach auch noch die Anspannung, die Vorbereitung, dieser nervliche Stress überhand haben. Und mit der Trinkerei heute Abend wird es sich auch in Grenzen halten bei den Corona-Bestimmungen in China. Also ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel passieren wird. Und mit der Trinkerei heute Abend wird es sich auch in Grenzen halten bei den Corona-Bestimmungen in der Corona-Bestimmungen in der Corona-Bestimmungen in der Corona-Bestimmungen in der Corona-Bestimmungen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.